so ich mache erst mal hier die die schilder hin nein und dann können wir gleich endlich einsortieren ja endlich einsortieren so eigentlich voll dumm ne weil ich die hier gleich wieder abbauen muss egal scheiß was drauf so waschmaschinen leben länger mit kalgo ich darf zum beispiel kein fsk 18 games oder so zocken waschmaschinen turbo lade moin kannst du die schilder auch an die kisten machen null ja aber dann sieht das so aus und das möchte ich nicht danke für deine weisheit aber das wusste ich schon so wir brauchen mehr schilder wie gesagt die schilder werden dann irgendwann durch dings ersetzt aber jetzt haben wir halt noch nicht die ressourcen dafür die ressourcen dafür ach wir haben ja noch 14 schilder naja scheiß was drauf schilder kann man nicht genug haben money money land money 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 aber das stimmt es gibt extra altersvergaben dass man sowas nicht schaut oder zockt und manche halten sich einfach nicht dran das finde ich nicht gut ich weiß jetzt nicht wie deine meinung ist aber es ist meine meinung das ist schön dass es deine meinung ist das stimmt die hatten wir hatten wir geguckt wie das aussieht wenn wir es so machen so ich lasse das noch mal so als gedankenstütze ja wie gesagt okay sieht scheiß aus das muss halt jeder selber wissen ich finde es halt auch nicht okay ich sag mal so wenn jetzt ein elfjähriger oder ein 17 jähriger ein spiel spielt das jetzt ab 12 oder 18 ist weiß er sich jetzt auch nicht das problem drin aber man sollte jetzt zum beispiel nicht neun jahre alt sein und jetzt zum beispiel cod zocken das finde ich halt echt das ist es finde ich verantwortungs wer ist das denn unverantwortungsbewusst ne wer ist das denn ich weiß gar nicht wie es heißt verantwortungslos so verantwortungslos so heißt es genau genau verantwortungslos das habe ich gesucht das wort vielen dank aber wie gesagt das muss halt jeder selber für sich selber entscheiden ich würde es nicht machen ganz einfach so so die schilder packen wir erstmal da rein genau wie das holz wir so ziehen jetzt erstmal alles ein und und schauen dann ja das machen wir jetzt erstmal so deswegen nehme ich das mal hier weg und pack das hier mit oben rein und das ziehe ich auch mit weg lalalalalalalalalalalala pack das hier oben alles mit rein dann können wir auch so machen das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein ich brauche hier ich habe das bei life in the woods geliebt hier drückst du einfach dings und dann sortiert das direkt nach den nach den eigenschaften und pipapo so haben wir noch was an holz warte mal hier könnten wir zum beispiel machen ja ne scheiß was drauf bitte 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 ja so hier machen wir stein hier machen wir mal bruchstein beziehungsweise cobblestone und hier machen wir mal clean stone das wird das ein bisschen so wir haben ja den platz äh wir haben ja den platz clean 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 stone stone clean stone so packen wir hier den bruchstein rein hier packen wir clean stone rein ähm erde könnten wir eigentlich auch hier hin machen äh so erde beziehungsweise dirt ne wir nennen es mal dirt pflanzen könnte man auch eine extra kiste machen pflanzen aber würde ich tatsächlich erstmal hier hinten machen weil wir die so krass brauchen wir das auch nicht ähm machen wir hier hin einfach mal die oder wir machen hier einfach mal setzlinge seeds ne seeds seeds den rest das glas da haben wir noch clean stone jetzt wird es spannend jetzt wird es echt äh schön mit dem mit dem einsortieren glas könnten wir auch hier machen glas 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 klar glas 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 klar hier ist glas klar oh sag mal glas klar ganz schnell hintereinander glas klar 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 so da haben wir noch eine steintreppe die packen wir hier mit rein die sticks die können wir erstmal hier mit reinpacken weil es da eichenholz ist oder beziehungsweise ja gut die sticks sind ja kein eichenholz pass auf dann machen wir das doch hier ähm machen wir oder machen wir es unten ich mach es unten sorry müssten wir sowieso dann nochmal neu machen weil wir ja links äh rechts die truhe auch hätten so äh holz holzgedöns wir nennen es einfach mal holzgedöns das sind dann hier zum beispiel hier die werkbank und die sticks und was auch immer dazu noch äh zugehört so dann machen wir mal die kisten leer um mehr mitzunehmen packe ich mal die ganzen sachen aus dem inventar die packe ich mal jetzt hier vorne rein zum beispiel das essen die fackeln und was auch immer das schwert nämlich mal vorsichtshalber mit man weiß nie ähm welcher nachbar hier sich umher treibt die holzen wir auch gleich ab die schwarzreichen dinger und dann machen wir eine höhlen tour so kobbel obwohl passen ja komm ich weiß was auch rein damit Und das ist immer das schönste an Minecraft, Kisten einsortieren. So, da muss ich nämlich auch mal schauen, wo wir das haben. Ja, für die brauche ich jetzt nicht unbedingt eine neue Kiste, weißt du, weil wir, da nenne ich das hier einfach mal, ähm, Divers, Diversstein, Diversstein. So, hier haben wir Diversstein, Kupferbarren, das machen wir gleich bei Dings, eine andere Kiste, Eichenholzzaun, kommt hier oben rein, Andesite, kommt hier rein, Essen würde ich auch direkt mal hier vorne irgendwo machen. Dann machen wir mal, ähm, machen wir mal Essen roh, Essen roh, Essen roh und Essen gekocht. So, ich glaube, das können wir mal so machen. Essen gekocht. So. Scheißegal. So, dann haben wir hier nämlich die rohen Kartoffeln und da packen wir die hier rein. Eichensitzlinge kommen nach hinten, hinten. Ah, ist immer so. Seeds. Samen. Sitzling. Saplings. Saplings. So. Saplings. Ich weiß nicht, ob man es so schreibt, keine Ahnung. Äh, machen wir mal so. Und hier machen wir hier, äh, Seete, ne? Andesite. Seeds. Seeds. So. Machen wir die hier hin, die Knochen, Mobgedöns, würde ich mal wieder hier unten so eine Kiste machen, machen wir einfach mal Mobgedöns. Ähm. Mob. Mobgedöns. Boah, scheiß was drauf. So, rein damit. Feuerstein. Wüsste ich gar nicht, wo ich das einteilen sollte. Aber hier haben wir Essen. Hier haben wir Holz. Hier haben wir Stein. Dann machen wir mal hier die Ärzte hin. Und mit die Ärzte meine ich nicht die Ärzte. Kupfer. Einmal Kupfer. Feuerstein. Ich packe es erstmal hier unten rein. Ich packe es erstmal da unten rein. Ähm, ich weiß noch nicht. Ich bin mir da noch ganz unschlüssig. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Beziehungsweise auf die Aufnahme, dass das immer nur eine Stunde ist. Dann habe ich nicht so einen, so einen Stress beim, ähm, Schneiden, weißt du. So, und wie gesagt, die Kiste können wir dann auch schon mal mitnehmen. Haben zwar jetzt keine Axt, aber egal. Obwohl ich muss schauen, wie in dem Bett, ne? So, Kohle. Ich mache mal Kohle hier unten hin. So. Kohle. Dann packen wir Kohle hier rein. Dann haben wir hier Lapis. Warte mal, wir hatten Kupfer. Wir haben dann Eisen. Wir haben Kohle. Kohle. Das sind ja hier Kohle und Eisen. Das sind ja Hauptdinger. Lapis. Ganz ehrlich. Machen wir hier einfach Erzgedöns. So Redstone und so. Da kann man später noch eine Kiste machen, wenn wir genug davon haben. Aber jetzt so diese kleinen Dinger, die packen wir dann einfach in eine, eine Komplettbox hier. So, Karotte. Ich weiß nicht, ob man die, ähm, ich packe es einfach erstmal hier mit rein. Genau was Weizen. Die Ofenkartoffel, die bleibt bei mir. Hier haben wir Rohkupfer. Das kommt hier oben rein. Den Eimer. Der Eimer ist aus Eisen, deswegen kommt dabei Eisen mit rein. Die Truhe. Und die Sticks, die kommen, nein, die Sticks kommen hier nicht rein. Und die Truhe kommt hier eigentlich auch nicht rein. Die kommen nämlich hier rein, bei Holzgedöns. So. Wo die Sticks, ja, okay. Blümchen, Armbrust, Geschoss, Pfeil, Waffen würde ich machen. Oh, es wird dunkel. Äh, da würde ich dann eine eigene Kiste mit Waffen machen und auch so Ausrüstungszeug. Müsste ich mal schauen, wo ich die hinmache. Aber ist ja gut, dann können wir gleich hier noch mehr Sachen mitnehmen. So. Da, da. Machen wir mal kurz was schauen. Discord. Ah, da ist der Clip. Ja, den schaue ich mir nachher einmal an. Sehr is the Clip from the Steffka. Ähm, hier geht's weiter. Sehr viel Bruchstein. Bruch. Kommt das da her, weil so viele Bruch sagen. Von Bruchstein. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Koppelkiste. Die dann natürlich dann in den Keller kommt. So, Cobblestone. Dann haben wir einmal die Blumen. Die mache ich auch hinten. Die Blumen mache ich hinten. Habe ich im Discord geschickt? Ja, habe ich gesehen. Habe ich schon gesehen. So. Blümeleinchen. 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 Da, 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 da. Die Weizenkörner, die kommen oben bei Seeds rein. Ja. Waffen. Machen wir mal hier, ne? Waffen, Werkzeuge, Ausrüstung. Machen wir mal hier Waffen. Dann mal hier Werkzeuge. 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 Zeuge. Dann mal. Dann mal. Werkzeuge. Und hier mache ich dann. Ja gut, Waffen, Werkzeuge gehören auch zur Ausrüstung. Aber Ausrüstung mal jetzt hier so. So was man sich anzieht, ne? Ausrüstung. Zum. Oder mal so. Anziehen. Ausrüstung zum Anziehen. Oh, okay. Dann können wir hier nämlich das Holzschwert. Die Armbust können wir hier reinpacken. Die Ho, die packe ich hier mit rein. Eine leere Karte. Seltsame Suppe. Seltsame Suppe. Die packe ich mal hier mit rein. So, Granit. Diversstein. Granit. Andes Seed. Okay, pass auf. Obwohl, da packe ich auch erstmal den Kies mit rein. Die lichter Kies packe ich da mit rein. Braune Wolle. Leiter. Leiter machen wir hier. Holzgedüns. Tropenholztür. Packe ich auch erstmal hier mit rein. Weil wir jetzt nicht so viel Tropenholz haben. Dass sich da eine Doppelkiste lohnt. Braune Wolle. Keine Ahnung. Knochen. Obwohl, Wolle können wir bei Mobgedüns machen. Ja, Mobgedüns haben wir hier hinten, ne? Jo. Dann packen wir das da mit rein. Die leere Karte. Rohkupfer. Ja, die leere Karte. Keine Ahnung. Ich packe das auch erstmal hier mit rein. Weil ich da jetzt noch nicht weiß, was für eine Kiste ich dafür mache. Vielleicht so eine Krimskamenskiste. Obwohl, leere Karte wird aus Papier hergestellt, ne? Also, beziehungsweise Bambu. Bambu. So, und ganz viele Blümchen noch hier. So, und dann kann die Kiste nehme ich auch schon mal mit. Sehr schön. Ich muss gleich sowieso Axt holen. Jo. Jo. Spitzhackebau ja auch noch. Unten haben wir auch noch ein paar... Kisten. Nun gut. Ja, da wir jetzt schon hier alles voll haben, packe ich mal den restlichen Bruchstein, den packe ich jetzt erstmal hier draußen hin, in die Kiste. Das ist ja unsere hier, unsere Farmingkiste. Unsere Farmingkisten. Habe ich da schon vielleicht eine Truhe? Nö. Warum ist denn da... Okay, pass auf. Das geht so nicht. So, hallo. Hallo? Hallo? So, und dann die 13 Stück kommen hier auch noch rein. Ja, ich möchte das gerne sortiert haben. Ich hasse Kremskramskisten, wo du alles erstmal suchen musst und tausendmal übersiehst. So, Pfeil haben wir. Pfeil können wir eigentlich bei Waffen mit reinpacken. Dann die ganzen Blümeleinchen. Blume, 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 Blume. Saplings haben wir noch. Schatzkarte, Kupfer, Papier, verrottetes Fleisch. Mal hier mit rein. Kupfer kommt da rein. Eichenholztür packen wir oben mit rein. Die Kisten kommen hier mit rein. Ja, Lapislazuli würde ich auch einfach mal hier... Ach so, hatten wir ja schon drin. So, das Weizen. Und Schatzkarte und Papier, weiß was. Keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Das Dach geht eigentlich, ne? Ja. Ob ich da jetzt unbedingt noch was dran machen möchte, weiß ich nicht. Ich sehe da gerade einen Fehler in der Matrix. Ich muss das mal kurz überprüfen. Ja, ja, okay. Okay, ja, ja, ja. Okay, dann ist der eine falsch. Weil es soll ja so aussehen, als würde es da drauf liegen. Für mehr Stabilität. Stabilität. So, okay. Fertig. Alles klärchen. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch im Untergrund haben, in den Kisten. Da müsste, glaube ich, auch noch Gestein und so ein Scheiß drin sein. Da hatte ich ja auch alles Mögliche. So. Und dann nehmen wir hier mal den ganzen Kappes mit. Und die Kiste können wir mitnehmen. Dann schau ich mal eben kurz, was wir unten noch alles haben. Ich glaube, so viel müsste da gar nicht mehr drin sein. Aber na, wir wissen ja. Glauben ist nicht Wissen. Kann ich nicht mitnehmen. Ja, okay. Ein bisschen haben wir hier noch. Okay. Dann nehmen wir da gleich mit. Und dann könnte ich eigentlich theoretisch jetzt gleich schon mal die Spitzhacke und die die Dings mitnehmen. Ich glaube, ich mache das beim zweiten Gang, weil jetzt brauche ich das, glaube ich, noch nicht. Die Wehrstein packe ich auch erst mal bei die Wehrstein rein, ne? So. Andesit, Granit. Andesit, Tuffstein, Diorit, Kies, Diorit, Sand, Sand. Ähm. Ich packe mal den Kies und den Sand erst mal hier mit rein. So. Dann Kupfer haben wir noch. Wir haben echt eine Menge Kupfer. Rohgold. Ah, Gold haben wir ja auch noch. Äh, ja. Weißt du was? Da rein mit dir. Dann hätten wir hier noch die Melonen und die Karotten. Die können wir hier mit reinpacken. Das Mobgedöns, das kommt wieder hinten in die Kiste. Spinnauge, Faden, verrottetes Fleisch, Knochen, äh, Schleimball kommt auch mit da rein. Die Pfeile, da. Die Seeds, da. Der Mod. Das ist witzig. Sapling hier rein. Bogen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Die Truhen, die Stöcker, der Feuerstein oder die Feuersteine. Das packen wir hier mit rein. Den Feuerstein, den hatten wir auch hier mit drin. Okay. Alles klar, dann bringe ich mal kurz die Bruchsteine hier vorne hin. Und wir brauchen echt Eisen. Wir brauchen echt Eisen. Ich würde halt echt gerne so eine Höhentour machen, aber das Problem ist, die meisten Höhlen, die ich jetzt gefunden habe, das sind halt so riesen, ähm, vom Raum her, so riesen Dinger. Ähm, das ist halt scheiße, sich da irgendwie durchzuklettern, weißt du? Das ist halt mega nervig. Guck mal, die Kohle kann ich schon mal, guck mal, hier kann ich schon mal alles mitnehmen. Jo, den rösten, holen wir gleich ab, ne? So, kurz mal richtig hinsetzen. So, Erde, 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 noch mehr Erde, vielen lieben Dank. Kisten hole ich gleich ab, hier ein Bruchstein. Oh, okay, sehr viel Erde noch. Ja. So, was? Video wurde jetzt auch hochgeladen, zum Glück, und dieses Mal kein Abbruch. Oh, das ist schön, das freut mich. Das freut mich. Diese Freiliter Worn sind. so, Dirt, da, Fäden, Kupfer, Sand, Magma Block, Sand mache ich hier mit rein, und Magma Block hier, Andesite, Faden, Kohle, Kohle hatten wir hier schon gemacht, ne? Ja, da, Kohle. Okay. Und den Stein wieder nach draußen, sehr schön, und dann haben wir es gleich fertig. Warte kurz, ich nehme schon mal hier, dich mit, und dich mit, weil dich brauchen wir gleich. Juridisch könnte ich, oh, scheiß was drauf. Und es wird schon wieder dunkel. Eieiei, wir sind hier echt nur am Arbeiten. So, okay. Dimm, dimm, dddddddm. So, und in der Zeit, wo es dunkel wird, mache ich mir, äh, Lüßsigaretto. Obwohl, ich kann, glaube ich, jetzt, nein, okay. Kann ich leider noch nicht. Okay, dann warten wir noch mal kurz. Jetzt, jetzt. Sehr schön. Was steht da? HD Ultra H5, okay. Ich habe eine andere Abkürzung gelesen. Eine ganz andere Abkürzung gelesen. Okay, pass auf, ich mache einfach mal den hier, ne? So. Na 아까 dear, da, 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 da. Da, Da, da. Warte mal, ich...